die punktzahlen sind auf jeden fall gut ja außer das werden jetzt ein bisschen abgeschlagen aber das kennt er ja wenn er hinten liegt er ist doch mal vor dir wenn ich dachte eigentlich du freust dich und disney das war das ist das man das hatten wir das nie auf morgens wird sofort wieder da mal kurz mal alter ja die alle sekunden nein alles gut aber jetzt ohne scheiß das hatten wir doch nie gehabt dieses alien ding das macht mir so ein bisschen angst gerade mit der grund wo stehen wir glaubt auf dem usw und was war mit disney gewesen das hat mir morgens immer immer angespielt gehabt haben wir in augen du hast vorhin noch darüber gesprochen zu wenn du hast du vorhin noch darüber gesprochen ach das ding das war geil nein das ist nicht das ist eine richtig gute map aber man kann wenn das dann die bereit war doch noch gedacht ja ja moment ich bin das kann verschreiben wie wir gleich bleiben was ja alles gut jetzt bin ich jetzt bin ich da ich musste kurz noch was abklären ob das okay ist immer der komplexe gewollt ja da kommt gleich noch mehr runter achte schätze achte schätze mamma mia hier ist das sind das ganze du musst oben das zeug was oben ist runterschießen weil die mir an der rampe hoch die rampe ist sehr lang vor sich denn rego da ist eine lücke noch wird die wand ist nicht an der rampe dran bist du bald oben morgens hat leider alles tut auch das oben alles dort geht los Ui, das ist kalt. Ich bin fütter. Aua. Jawoll. Aua. Aua. Du schaffst das. Aua. Ah, jetzt hier. Ist ja okay. Aua. Jau. Alter. Oh, jetzt muss ich noch mal ein Mal. Markus, hast du einen Klick? Das ist hoch. Fuck. Fuck. Warum hier ist aber die Entfernung so beschissen? Oh, die ganze zu. Aua. Ei. Ey. Oh, oh. Pass auf in der Wand. Alter. Ich bin halt ein Könner. Ne. Nein. Nein. Du hast dich gerade geheilt. Du bin sie. Die liegen alle auf fünf Meter so scheiße wie die Pax das kann ich denn dafür. Gehst du, wie es weiter ging? Waren wir eigentlich so weit gekommen, Markus? Ne, ne? Ne. Ach, scheiße. Was ist denn der? Oh, die Vorgaben. Nein. 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 Du hast ihn jetzt gemacht. Er ist weggerutscht. Und wirklich. Du musst da auf der anderen Seite eine Rampe wieder runter. Da sind Lücken dazwischen. Da musst du drüber springen. Und bei einem Sprung ist meiner weggerutscht und ist runtergekullert. Und dann im Kopf gegen die nächste Rampe. Aber ja, diese Strecke, die kenne ich noch. Aber ich schätze mal, der Enrico hat genau das gleiche gemacht wie ich. Der ist so durch die Lücke. Ja. Der ist an der Wand lang gelaufen. Und dachte, da geht es bis an die Dings ran. Aber Enrico macht so einen Spaß. Wenn wir es getestet haben, da ging es mir genauso wie dir. Nämlich hat er irgendwann der Krankenwagen mitgenommen bei Markus. Oder Kev hat leider das ganze... Die Munition sind mit eh immer verschossen. Also wie immer. Ja, das sagst du. Kev, du darfst links und rechts, darfst du nie dran vorbei. Das gibt keine Wand. Du musst aufweichen. Ja. Und immer am besten nach oben gucken. Ich weiß nicht, ich hätte schon stark was mitgekommen. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Also da ist eine Lücke dazwischen oder was an der Seite. Ja, links und rechts sind jeweils lücken. Okay. Alles gut, pass auf. Pass auf. Pass auf, krankwagen von vorne. Krüdergrill von vorne. Und die Rampe, die dauert unibels lange. Ja, ich merke schon. Vom Krankenwagen. Oh, 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 oh. Ja, das habe ich in der Mote sehr hoch geflogen. Das war's. Nein. Weitere, Glück gehabt. Im größten Teil haben wir jetzt. Jetzt kommt die Scheiß. Die Scheißröhren. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier gesagt, du musst eigentlich bis hoch kommen. Ja, ich weiß. Das war aber auch knapp. Ich glaube, die Autos haben sie jetzt weg, ne? Die Autos haben sie weg, ne? Aber es war auch knapp. Ich glaube, das Level haben wir geschafft, oder? Ja, wir hatten zu wenig Dings eingestellt. Zu wenig Gewinnrunden. Oh, scheiße, die Stahl. So weit sind die weg, alter. Geh mal weg. Ja, das ist das Ganze. Das ist wirklich übelst weit weg. Aua. It? It? Nein. Geh mal weg halt dich. Hat es sich ein bisschen elektrifiziert? Nein, nein. Nein, nein. Das Blonde, was mir vorbeigeschen ist, das hat mich so elektrisiert, damit habe ich mich direkt hingelegt. Aber es ist wirklich so, in dem Moment, als es vorbei kam. Ich glaube, das hat man auch überhaupt so viel getroffen, aber das war eigentlich ein wunderbar, ne? Ja. Und hätten wir es mal wieder runter, oder? Jetzt habe ich das. Das Ding hochgegangen. Das war Trefferpum tot. Hä? Hast du denn jetzt... Ja, Markus, hast du da nur eh mal drauf geschossen? Nein, ich habe das aufgeschossen und hat wahrscheinlich genau in dieselbe Stelle reingeschossen und dann explodiert das sofort. Alter, ich soll noch ein Kev wegfliegen, Kempflau. Du bist tot. Du bist tot, Kempflau. Ich bin nur so dran drin mit Kev wegfliegen. Alter. Ihr Kev, du weißt Bescheid. Nie alles mit ihm mal runter schießen. Die Strecke ist wirklich verdammt lang. Wissen wir. Wieder süße Flüstereien bei Enrico. Oh, du geile Sau. Ja, oh, Enrico. Du sagst du Kleine. Du kleine Sau. Du machst schmutzig. Mach's Pavers. Wir reden jetzt immer doch mal, dass Henrico das sagt, oder? Ich helfe mache erst die Krankenwagen, damit sie sowieso was zum Anleitern haben. Warte, dann nehmen wir noch... Nee, noch nie. Darum noch nie. Ja, ja, gut. Hast du doch schon. Nur einen. Boah. Oh. Hat man eine Tür mitgenommen, Alter. Oh, Alter. Shit. What the fuck. What the fuck, Alter. Ist der gerade knapp über meinen Kopf drüber geflogen. Nein. Oh Mann, wie das ist die selbe Ritze. Ich kotze. Enrico, wir wissen doch, dass du auf Ritzen stehst. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh. Marco ist auch so... Oh, Alter. Marco ist auch so... Oh, das... Oh, das... Das gleiche gerade in Slow Motion. Alter, man paar haben mich so knapp verfehlt am Kopf vorbei, ey. Aua! Ach, das war ein Snack nehmen, he? Aua! Ey, jetzt waren wir so schlecht, Kev. Dann haben wir fünfmal getroffen. Aua! Aua! Aua, alter! Scheiße! Scheiße! Scheiße, das Ding nicht in die Seite schleudert. Nein! Schweinchenweb, Schweinchenweb! Das war Schweinchenweb gerade, etter. Ja. Da wird der Geld erst mal bagen gegeben. Spankwarte. Durchgerüst. Ne, aber der aussieht wie ein Schwein. Oh, zu spät! Na, ich sehe so aus, wie ich mich verhalte, Enrico. Pass auf, der kann nicht sagen. Nein! Ja! Jawoll! Jetzt ist du wirklich gegrillt. Da hat sogar noch so schön gebrannt. Sehr gut, Kev. Du bist mein Mann. Aber ich glaube, der Moment, wo ich reingeschossen habe, kann ich sagen. Das ist ja nichts Neues. Da sagst du, das sagt zu öfters. Nein, aber ich habe in dem Moment, wo ich drauf geschossen habe, kam die Klammer raus. In Markus ist es hingefallen und gegrillt worden bei dem Ding. Nein, das war wieder wunderhübsch. Ja. Und schon führe ich wieder. Sehr gut. Kann so weitergehen. Und ich bin aufgerückt. Ich habe nur noch 11 Punkte im Rückstand. Ja. Genau. Auch Markus, schön, dass du mit reingenommen hast. Ja, das war so. Das sagt Kev zu dir auch immer. Schön, dass du reingekommen bist. Ja, das sagt er immer. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020